Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir debattieren ja heute nicht nur über Armut- und Reichtumsbericht, sondern Frau Bahr hat es am Ende ihrer Rede ja auch gesagt, auch über einen Antrag der Fraktion Die Linke über Kinderrechte. Kinderrechte umfassend stärken und sie beziehen sich da ja auf die Rechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention verbrieft sind und die damit auch unbestritten für unser Land gelten. Und Frau Bahr, ich möchte Ihnen gerne auf Ihre letzten Ausführungen auch antworten in meiner Rede, wie wir als Unionsfraktion das sehen. Es sind die wichtigen Rechte der Kinder auf eine freie Meinungsäußerung, auf Schutz vor Gewalt und Krieg, auf gesundes Aufwachsen, aber auch auf Spiel, Freizeit und Ruhe. Ich will hier deswegen auch nur einige nennen. Und ich denke, wir sind hier im Hohen Haus alle nicht weit voneinander entfernt, was die Wertschätzung, den Wunsch nach Stärkung der Kinderrechte angeht. Zweifelsfrei, es sind die Kinder, die unseren besonderen Schutz brauchen. Bei aller Einigkeit in der Einstellung zu Kinderrechten gibt es jedoch genauso Dinge, die uns, also die Regierungsfraktionen und die Opposition im Detail trennen. Das ist vor allem die Frage der praktischen Umsetzung. Welche Wege wollen wir einschlagen, um eine Stärkung der Kinder und ihrer unveräußerlichen Rechte zu erreichen? Im Grunde lässt sich dabei die immer wiederkehrende Debatte auf zwei Punkte zuspitzen. Werden die Kinderrechte wirklich stärker wahrgenommen und wirken sie stärker, wenn sie tatsächlich im Grundgesetz stehen? Und werden sie besser geachtet, wenn ein Bundeskinderbeauftragter eingerichtet wird? Ihr Antrag greift beide Forderungen auf und fügt dem potenziellen Amt des Bundeskinderbeauftragten auch gleich weitere Anforderungen, Aufgaben und Strukturen hinzu. Akteneinsichtsrecht, Anhörungsrecht, Amtshilferecht, Einführung eines Kinder- und Jugendbeirates werden hier gefordert. Nun ist es im Kreise der Familienpolitiker ein offenes Geheimnis, dass ich einer Stärkung der Kinderrechte, in welcher Form auch immer, sehr offen gegenüberstehe. Für mich, und das ist bei allen Optionen, die hier im Raum stehen, entscheidend, dass wir am Ende eine substanzielle Verbesserung für Kinder und deren Interessen erreichen, was sich auch übrigens zum 25-jährigen Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention an gleicher Stelle auch schon dargestellt hat. Es muss daher schon die Frage geklärt werden, ob die Einrichtung einer neuen Bundesstelle für die Anliegen von Kindern hilfreich ist, oder ob hinderliche Doppelstrukturen zu bestehenden Institutionen und Organen geschaffen würden. Auch muss geklärt werden, ob nicht Verbesserungen an bestehenden Organisationen sinnvoller sind, um eine Aufwertung von Kinderrechten zu erreichen. Unabhängig zu den angesprochenen Fragen wurde übrigens vor einiger Zeit bereits eine wichtige Stärkung von Kinderrechten vorgenommen. Die Monitoringstelle für Kinderrechte hat ihre Aufgabe aufgenommen und sich etabliert. Sie ist beim Deutschen Institut für Menschenrechte angesiedelt und ein aus Bundesmitteln geförderter und sehr kompetenter Ansprechpartner, meine Damen und Herren. Und daraus wird deutlich, es ist einiges in Bewegung im Bereich der Kinderrechte, anders als es uns die Opposition immer gerne glauben machen möchte. Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch einen Hinweis zur durchaus symbolisch wertvollen und für mich auch, und das sei mir gestattet, charmanten Idee, Kinderrechte ins Grundgesetz zu verankern. Diese Diskussion führen wir, Frau Barth hat es auch angesprochen, schon seit mehreren Jahren. Und es wird immer so getan, als seien Kinder bezogen auf das Grundgesetz rechtlose Wesen. Dabei ist es unschrittig, dass Sie auch Träger von Grundrechten sind und weit mehr als Objekte von Schutz und Fürsorge. Bereits vor der Geburt genießen Sie den Schutz des Lebens und der Menschenwürde. Nach Ihrer Geburt sind Sie Träger aller Grundrechte. Und über Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 unseres Grundgesetzes besteht ein Anspruch auf staatlichen Schutz bei Gefährdung des Kindeswuhls. Darüber hinaus benennt sich das deutsche Familienrecht nach dem bürgerlichen Gesetzbuch und dem Kinder- und Jugendhilferecht nach SGB VIII klar als Träger eigener Rechte. Es bedarf keiner Nennung von Kindern als Subjekte im Text der Verfassung. Und ich möchte noch einmal auf den Bundeskinderbeauftragten zurückkommen, und zwar bezüglich der gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Ich habe oft im Ausschuss angesprochen und möchte es als aktiver Kommunalpolitiker hier noch einmal wiederholen die Forderung, dass ein Kinderbeauftragter die Partizipation von Kindern stärkt, mag ja im ersten Moment sehr schön klingen, aber nur im ersten Moment. Gerade im Bereich der Beteiligungsrechte liegt ein Großteil der Zuständigkeiten, vor allem der Themen, nicht in Bundeszuständigkeiten. Partizipation von Kindern fängt für mich entsprechend überall dort an, wo die Lebenswelten von Kindern berührt sind. Das ist eben in der Familie, in den Kitas, in Schulen, Sportvereinen, im direkten örtlichen Umfeld. Und genau an diesen Orten gibt es bereits wunderbare Beispiele für die Einbindung und Beteiligung von Jugendlichen und von Kindern. Meine Zeit ist jetzt leider um, sonst könnte ich noch eine Beispiele nennen. Aber, meine Damen und Herren, unsere Aufgabe als Bundespolitiker ist, immer den nötigen Rahmen zu schaffen. Und dabei ist es wichtig, vom Ziel her zu denken und nicht in ideologisch eingefahrenen Strukturen, liebe Kollegen der Linken. Vielen Dank. Ich wünsche schöne Fingsten. Vielen Dank. Jetzt hat Kerstin Griese für die SPD-Fraktion das Wort.